Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch einfach mal, dass Ernährungsberatung Spaß machen kann und dass wir, wie ihr schon im Hintergrund seht, einfach mit ganz vielen Lebensmitteln arbeiten. Es gibt tolle Lebensmittelattrappen, die eben aussehen wie echt. Einiges davon werdet ihr gleich sehen, haben wir auch selber hergestellt, weil es die im Handel so nicht zu kaufen gibt. So, finde ich, macht Ernährungsberatung Spaß. Wer also von euch Lust hat, in die Ernährungsberatung zu gehen, auch mit Kassenerstattung, so dass ihr keinen Eigenanteil zahlen müsst, kommt gerne zu uns. Folgt uns gerne, geht auf die Kanäle, ihr findet uns bei Insta, bei TikTok, bei YouTube, bei, habe ich wen vergessen, Twitter noch ein bisschen. Also schaut einfach unter Rose Fröhlich oder Ernährungsmaß oder beides. Ich freue mich auf euch und jetzt noch ein paar Eindrücke der Lebensmittel. Macht's gut, euch einen schönen Tag, liebe Grüße, eure Sandra.